Das ist Miles' Mutter. Hallo? Mr. Parker, hier spricht Ullo Morales. Vielen Dank, dass Sie Miles den Job im Feast-Asil besorgt haben. Gerne. Und nennen Sie mich Peter. Mr. Parker ist vermutlich etwas gesetzter als ich. Ich muss sagen, er hat Vorbehalte. Ich habe ihn vor die Wahl gestellt. Das oder mehr Therapie. Er braucht das. Er will kein Opfer sein oder bemitleidet werden. Verstehe. Ich bin auch so. Ich sage es Tante May und bin an seinem ersten Tag auch da. Danke nochmal. Das bedeutet uns beiden viel. Bei der Schießerei wird es Tote geben. Okay, Kinder. Schluss jetzt. Sonst ist euer Panzerknacker-Spielzeug weg. Ich bin auch so. Das war's für heute. Und es gab kein Taxi. Aber ich komme, sobald ich kann. Alle Einheiten. Zoll gemeldet Drogenhandel. Beim Meatpacking District wurde es vor allem gemeldet. Ah, nächstes Mal kriege ich sie. Hey, tut mir leid, bin zu spät. Morgen, Parker. Bestes Abend? Ach, ist egal. Checken Sie die Neurosensoren, ja? Die müssen schneller reagieren. Bin dran. Unter drei Millisekunden wäre gut. Okay, vielleicht eine Optimierung des Lastrelais. Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr schön. Okay, und jetzt? Da ist wohl irgendein Widerstand im Neurosensorkreis. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wirklich? Was? Was ist denn da? Das Störverhältnis ist echt brutal. Ein neuer Signalprozessor reduziert den Lack. Das Störverhältnis ist echt brutal. Das Störverhältnis ist echt brutal. Ja! Ja! Das könnte man kleinen Erfolg nennen. Ich würde das eher unglaublich nennen. Brauchen Sie Hilfe? Ja! Doktor, was fehlt Ihnen? Ist es so offensichtlich? Meine Ärzte nennen es degenerative neurologische Störung. Vermutlich durch den Umgang mit toxischen Chemikalien in meiner wilden Jugend. Das tut mir leid. Kann ich irgendwas tun? Sie tun schon was. Das Schlimmste daran ist, es betrifft ausschließlich die Muskulatur. Der Geist arbeitet weiter, aber... ...kann nicht mehr handeln. Nur Sie wissen davon, Peter. Ich möchte, dass das so bleibt. Selbstverständlich. Vielleicht suchen Sie sich lieber etwas mit mehr Zukunft. Der Grund, warum ich hier arbeite, ist das, was Sie hier oben haben. Und das verschwindet nicht. Und ich auch nicht. Oh, Peter, bevor ich es vergesse. Es gibt da einen faszinierenden Artikel. Über Möglichkeiten für die neurale Schnittstelle. Ich schaue es mir an. Danke, Doc. Was ist das, Doc? So ein Material habe ich noch nie gesehen. Dien zum Verschweißen. Unglaublich, was? Die magnetische Isolierung begrenzt die Kreuzkontamination zwischen der neuralen Schnittstelle und den Armen. Die humorlose Grimasse wird mir fehlen. Bei unserem letzten Kampf hat Scorpion gefragt, ob er mir mal zeigen soll, was ich in meinem Schädel habe. Ein echter Witzbold. Elektro war mein erster Schurke mit echten Superkräften. Vorher gab es nur normale Typen in schicken Anzügen. Elektro war anders. Ganz anders. Ein Panzer auf zwei Beinen. Mit Rhinos gesammelten Sachbeschädigungen könnte man Manhattan dreimal zerstören. Vulture könnte der klügste Kopf an dieser Wand sein. Nicht klug genug, um dreimal lebenslängig zu vermeiden, aber trotzdem ziemlich gewitzt. Ich erinnere mich noch gut an mein Bewerbungsgespräch. Ich hatte Flecken auf meinem Hemd und war zehn Minuten zu spät, weil ich einen Überfall verhindern musste. Ich kann immer noch nicht fassen, dass Doc mich eingestellt hat. Direkte Schnittstelle mit den Basalganglieren. Aufregend und riskant. Ich weiß nicht, Doc. Man braucht ein Gallium-Seiden-Array, damit das klappt. Und selbst dann ist das Verletzungsrisiko hoch. Gallium. Genial. Und die Risiken kriegen wir doch in den Griff. Doch ist sehr krank. Er könnte die Kontrolle über seine Motorik in einem Jahr verlieren. Und wenn wir nicht aufpassen, macht ein intrakranielles Implantat es nur schlimmer. Bis zur Persönlichkeitsveränderung. Wir müssen vorsichtig sein. Doch, tut mir leid. Meine Tante schreibt. Kein Problem, Peter. Ich wollte ohnehin gerade Pause machen. Aber erst noch die Telemetriedaten. Danke. Dauert nur ein paar Stunden. Dauert nur ein paar Stunden. Hey, Kale. Hi, May. Lass mich raten. Verspätung? Nein, bin sogar schon unterwegs. Hast du was von Miles gehört? Nein, aber seine Mutter meinte, er kommt also. Gut. Ich komme gleich. Bis dann. Was für ein Schuss. Ihr Zentrale. Wie steht es auf dem Union Square? Transporter unter Beschuss. Wiederhole. Stehen unter Beschuss. Was machst du hier? Das war dein letzter Fehler, Penner. Was zum... Braucht man echt so viele Leute, um einen Teenager auszurauben? Das war dein letzter Fehler. Bist du verletzt? Du bist Spider-Man. Du bist der unglaubliche Spider-Man. Du bist der fantastische Spider-Man. Und noch andere Adjektive, die Jameson benutzt. Hey, das war echt mutig, aber nächstes Mal überlass das den Profis, okay? Okay, aber wenn gerade keine da sind? Na, du kannst so große Kerle nicht einfach angreifen. Ich meine, verstehe mich nicht falsch. Ich kämpfe ständig gegen größere Typen, aber dann habe ich auch... Wie damals, als du auf der Brücke gegen Rhino gekämpft hast. Das war echt großartig. Perfektes Beispiel. Wenn der andere größer ist, musst du schneller sein, okay? Okay, aber für dich ist das vielleicht einfach. Aber ich kann halt nicht, was du kannst. Okay, fahre ich da hoch. Echt jetzt? Ja, na los. Erstens. Lass dich nicht vom Adrenalin leiten. Atme langsam und tief. Bleib cool. Hüfte ausrichten. Lass den Gegner kommen. Setz die Füße ein. Wenn Sie die Balance verlieren, nutzt die Gelegenheit. Boom. Etwa so? Ja, ja, ganz genau. Okay, nur diesmal. Schlag mich richtig. Direkt aufs Kinn, okay? Ich halte das auf. Oh, sch. Sorry. Nein, nein, nein. Alles gut. Mach immer weiter so und du kommst klar. Okay? Lektion vorbei. Ich muss los. Hey. Danke. Und so. Das war Spider-Man. Das Asyl sollte gleich da vorne sein. Ich hab gerade Spider-Man getroffen. Was? Wie krass. Hast du ihm unsere Hacking-App gezeigt? Oh, Mann. Hab ich's voll vergessen. Ach, Mann. Hätte sie dir garantiert abgekauft. Und dann werden wir voll berühmt. Ja, nächstes Mal mach ich's. Ich muss weg. Hab's meiner Mom versprochen. Cool. Bis später. Der Terroranschlag hätte was Gutes. Ähm, was ist denn? Was dann? Was muss ich tun? Oh, oh, oh. Soll das ein Witz sein? Es wird ewig dauern. Wenn die Drohne nicht will, könnte ich über den Zaun. Kennen Sie zufällig einen gewissen Martin Lee? Wow. Das war zu einfach. Krass, dass Sable-Systeme ungesichert sind. Vielleicht schicke ich einen anonymen Tipp. Okay, Hacking-App. Steh mir bei. Okay. Gut, los jetzt. Okay, Hacking-App. Steh mir bei. Okay. Gut, los jetzt. Hallo? Zertralle, keine Vorkommnisse. Okay, Hacking App. Steh mir bei. Okay. Gut, los jetzt. Okay, ruhig bleiben. Ich muss ihn ablenken. Komm schon. Ignorier mich. Eine Bewegung. Stand by. Überprüfe Sektor. Alles ruhig. Stand by, Zentrale. Ich hab was gehört. Komm schon. Ignorier mich. Ich bin nicht da. Was? Wer ist da? Okay, bin in Sicherheit. Verdammt. Das war krass. Oh. Hey, Mom. Hi, Schatz. Bist du gut im Fiest Asyl angekommen? Ja, bin gleich da. Miles, du weißt, dass du nicht im Asyl arbeiten musst. Doch, muss ich. Nein, du hattest die Wahl. Klar, und ich find's besser als die Therapie. Ich mein, sie war hilfreich. Der Typ hat gesagt, jeder trauert auf seine. Aber sie ist meine. Okay. Tut mir leid. Mom. Ja? Aber ich hab dich trotzdem lieb, wenn ich nicht darüber reden möchte. Oh, mein Schatz. Ich liebe dich so sehr. Wir stehen das durch. Okay? Okay, ich muss weg. Ich ruf dich auf dem Heimweg an. Fast geschafft. Jetzt keine Umwege. Ich bin gleich wieder da, Mr. Hodges. Hey, Marien Peet. Hey, sorry. Ich bin spät dran. Oh, nein, nein. Schön, dass du da bist. Okay, also... Wie kann ich helfen? Warum siehst du dich nicht ein bisschen hier um? Sprich mit den Leuten. Weißt du was? Alle lieben Kaffee. Kaffee, okay. Und ich seh später nach, wie's bei dir läuft. In Ordnung? Ja. Oh, keine Angst vor Mr. Hodges. Er beißt nicht. Meistens. Ganz sicher? Kaffee? Danke. Kann ich helfen? Nur wenn du weißt, was zur Hölle ein Quark ist. Das ist ein superatomares Teilchen. Also die Basiskomponente von Protonen, Neutronen, Hadronen... Supertoma. Das passt. Sehr gut, Kleiner. Du blödes Scheißding. Mist. Verdammtes Mistding. Darf ich mir das vielleicht mal ansehen? Hä? Oh, wir haben Braunschelröhren in der Schule. Ich kann sie reparieren, wenn sie... Braunschel... Was? Nein, man muss noch ein paar Mal draufhauen. Geht's. Wieder. Ja. Oder... Es ist ein loses Quarkskabel. Okay, okay. Bitte sehr, du... Klugscheißer. Bitte. Mach nur. Uns erreichen viele Meldungen zu Officer Jefferson Davis, dem Helden des Rathaus-Attentats, seit bekannt wurde, dass er als menschlicher Schutzschild vielen anderen das Leben rettete. Hey, Frischling, füll mal auf! Sein Sohn Miles und seinen Bruder Aaron. Held. Ist ja echt heldenhaft, sich in die Luft sprengen zu lassen. Hey, Ernie. Du kennst also schon Miles. Er wird uns ein bisschen helfen. Vielleicht kennst du seinen Vater, Jefferson Davis? Ziemlich stark, dass er hier freiwillig arbeiten will, obwohl er gerade so viel um die Ohren hat. Findest du nicht? Ja. Ja, ähm... Danke. Junge, das tut mir leid mit deinem Dad. Komm, Miles. Wir helfen meiner Tante in der Küche. Hey, May. Ich muss wieder los, aber ich hab dir Hilfe mitgebracht. Hi, Miles. Schön, dich zu sehen. Schnapp dir eine Schürze, wasch dir die Hände und ich zeig dir alles. Hey, Peter. Vielen Dank für das Daiden. Na klar. Fast Mittag. Sable transportiert jetzt Dr. Michaels. Sollte besser zur Bowery und ihn finden. Unsere Computer sind leider schon etwas älter. Schon okay. Hast dem Kleinen gut den Rücken gestärkt. Ja. 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 Das ist klar. Ja. 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 Hey Juri, ich will zur Bowery, damit Michaels, naja, sicher in sein neues, sicheres Versteck kommt. Lass das lieber, Silver Sable war deutlich, du bist nicht willkommen. Tja, was soll sie machen, mich erschießen? Ernsthaft? Ich würde dir zutrauen. Ah, gut. Ich bleib in der Nähe, aber nicht zu nahe, nur für den Fall. Das ist die Bowery, aber wo ist Dr. Michaels? Wir sind dann bereit, Dr. Michaels. Ist das der Teufelsatem? Es heißt GR-27 nicht. Seien Sie vorsichtig. In den falschen Händen könnte es... Keine Sorge, wir sind die Besten der Welt. Da fühle ich mich gleich besser. Co. 381, Paket ist unterwegs. Hier entlang, Dr. Michaels. Was zur Hölle ist das? Feinde. Paket sicher. Weg die Glocke! Weg die Glocke! Auf ys. Beij. HERB Memorial Ja, we'rehappy. Oh. Zamat mal her. Willkommen an Bord, Doktor. Hände weg! Wir machen das! Ja, sicher doch. Yuri, ich verfolge Martin Lee. Ich glaube, er hat Doktor Michaels und den Teufelsatem. Verstanden. Schicke dir mehr Einheiten. Michaels lebt noch. Das ist gut. Wahrscheinlich möchte er jetzt wegen der Teufelsatem herzustellen. Ich muss diesen Laster aufhalten. Oder Panzer. Oder was das ist. Hier spricht Sable International. Wir sind berechtigt, wenn nötig zu töten. Das war die letzte Warnung. Wow, wow! Da drin ist eine biologische Waffe! Alle Einheiten! Feuer! Wow! Warum schießen denn alle plötzlich mit Raketen? Ja! 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 Was zum... Machen wir schnell! Dein Boss wartet auf mich! Haltet den Lasten auf! Sable, aufhören! Code Rot! Oder Blau, Lila! Egal, hört einfach auf zu schießen! Oh, Lust auf ein Tätzchen? Tanzen wir! Oh, Lust auf! Oh, Lust auf! Sorry! Lee, geben Sie's her! Bremsflüssigkeit! Wie sieht's aus? Hast du Lea Sinn? Ich arbeite dran! Das nehm' ich? Was machen Sie mit mir? Ich geb' dir eine neue Perspektive! Was zum Teufel? Ich muss ehrlich sein. Ich hatte gehofft, dich herzubringen. Meine Fähigkeiten verleihen mir eine gewisse Überzeugungskraft. Ich habe dich beobachtet. Ich habe am Rathaus auf dich gewartet. Du bist nicht gekommen. Wo warst du? Ist das echt? Oder nur in meinem Kopf? Wirklich zu schade, dass so viele starben und sie kein Held rettete.